For the last time, das ist das Motto, mit dem wir in dieser Saison an den Start gehen werden, mit dieser letzten Saison, mit dieser Freiburg-Karriere in FIFA 20 generell. Wir haben noch einen ganzen Monat vor uns und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser ersten Folge der vierten Saison mit der SC Freiburg-Karriere. Wie gesagt, wir haben noch einen ganzen Monat vor uns, bis wir dann rüber zu FIFA 21 wechseln können und eine neue Karriere anfangen mit einem anderen Verein in einer anderen Liga. Dies, das, ihr habt es ja gestern wahrscheinlich schon gelesen. Ich sag mal von vornherein, diese Folge wird wahrscheinlich weniger interessant sein als die nächste, denn es passiert hier wahrscheinlich ein bisschen weniger. Dennoch lese ich mal eben ganz kurz auf, was wir hier machen werden. Wir werden einerseits uns die Ziele vom Vorstand angucken, natürlich auch das Transferbudget gleichzeitig. Gehen dann weiter über zur Abschlussliste, wer denn gehen darf, wer meiner Meinung nach es für den Umbruch geschafft hat, dann den Verein verlassen zu dürfen. Dann werden wir uns noch angucken, wer denn so ein möglicher Kandidat für den Transfer wäre und wir werden tatsächlich heute auch schon den ersten Transfer machen, auch wenn es jetzt... Ja, ich nehme es nicht zu vorweg, das wäre jetzt nicht so clever, glaube ich. Ihr werdet schon sehen, was ich machen werde und ich denke, das war es dann auch schon. Wir werden ein bisschen durch die Vorbereitung simulieren. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, ob ich das Turnier mitnehmen soll oder nicht, weil prinzipiell habe ich genug Geld. Ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht unbedingt das Turnier mitnehmen. Natürlich ist es realistischer, wenn wir das mitnehmen, aber ja, wie gesagt, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Wir haben schon genug Geld verdient, allein durch die Transfer, die wir schon in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht haben. Erklärt sich, denke ich, auch von selbst. Nebenbei haben wir übrigens auch die WM in Katar, Brasilien des ersten Gruppe H. Haben wir vielleicht auch noch nebenbei, vielleicht gehe ich da auch noch drauf ein. Mal gucken. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Allerdings mit etwas, was ich gerade eben nicht genannt habe, denn wir haben ein paar Jugendspieler hochgezogen in der letzten Folge, in der Saisonabschlussfolge. Und zwar waren das zwei Spieler, einmal ein Rechtsverteidiger namens Matteo Bruno. Italiener kann aber die ganze Viererkette bespielen und ja, fangen wir mit ihm an. Ist natürlich Italiener, ist ein Rechtsfuß, wenn ich richtig liege. 1,86 groß. Sein Lieblingsspieler ist Gianluca Zambrotta. Sieht man vielleicht auch an dem, was er trägt oder wie er es trägt. Kommt aus Kummo, genau wie Zambrotta hat ihn deswegen auch wahrscheinlich als Vorbild genommen. Ist auch gleichzeitig auch seine Position, deswegen passt das, denke ich, auch ganz gut. Und natürlich ist sein Lieblingsverein Juve und ich denke, den Rest könnt ihr euch irgendwo auch selber denken. Und des Weiteren hatten wir einen Zehner mit Lukas Thoman, ein Schweizer, 16 Jahre alt, Rechtsfuß 1,69 groß, also auch nicht gerade der Größte. Kommt aus Genf, wenn ich richtig im Bilde bin. Sein Lieblingsspieler dürfte Valentin Stocker sein, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, aber den Rest seht ihr auch. Und dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Machen wir weiter mit den Zielen des Vorstandes, die nicht unbedingt mit meinen eigenen Zielen übereinstimmen müssen. Ich denke, das dürfte irgendwo auch nachvollziehbar sein, vor allem, wenn wir da auch schon wieder die Ziele in der Bundesliga sehen. Aber gut, wir gehen da erst später drauf ein. Erstmal Nachwuchsentwicklung. Wir sollen zwei Jugendakademiespieler um mindestens zehn Gesamtpunkte verbessern und sie dann in fünf Spielen einsetzen. Ist egal, ob sie von Anfang an spielen oder halt eben als Einwechselspieler. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das könnte ich mir eigentlich auch ziemlich schwierig vorstellen, wenn es nicht laufen würde oder wie auch immer. Wir gucken mal, was wir machen können. Parallel haben wir dann noch was weiteres, was kurzfristig gemacht werden soll. Und zwar sollen wir da drei Spieler verpflichten, die unter 20 Jahre alt sind und ein Potenzial haben, das über den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Also das stelle ich mir einfacher vor als das obere Ziel, aber gut. Und langfristig sollen wir halt eben über zwei Saisons hinweg mindestens drei Spieler verpflichten aus der Jugendakademie und dann halt in der Folgesaison für mindestens 30 Prozent Einsatzquote bringen. Dann gehen wir zur Markenpräsenz. Da haben wir das Ziel, dass wir die Dauerkartenzahlung mindestens 10 Prozent über drei Saisons hinweg der Stahlungskapazität erhöhen. Das stelle ich mir eigentlich einfach vor. Bei den Finanzen haben wir das kurzfristige Ziel nicht erreicht und zwar die Verringerung von den Spielangehältern um wöchentlich 20.000 Euro. Aber ganz ehrlich, das Finanzielle ist eigentlich gesichert. Also normalerweise mache ich mir da keine Gedanken rum. Und langfristig sollen wir halt eben den Vereinswert über zwei Saisons um 25 Prozent erhöhen und das haben wir schon zu 92 Prozent geschafft. Ja und da wir kontinentale natürlich nicht dabei sind, bleiben wir dann beim Nationalen und da haben wir dann erstmal den DFB-Pokal mit dem Achtelfinale erreichen. Das stelle ich mir eigentlich auch machbar vor. Das soll auf jeden Fall besser sein als in der letzten Saison, wo wir direkt in der ersten Runde, wo wir dabei waren, auch rausgeflogen sind gegen Schalke 04 in der Verlängerung. Aber hey, mal gucken. Und in der Bundesliga soll man einen Europa-League-Platz erreichen, was ich mir dann doch irgendwo ein bisschen zu hoch angesetzt empfinde. Also das denke ich erreichen wir nicht. So grundlegend würde ich sagen, erreichen wir das nicht. Ziel ist natürlich wieder der Klassenerhalt. Das ist denke ich nachvollziehbar und logisch. Und wenn da mehr rausspringen sollte, dann bin ich natürlich damit sehr zufrieden. So und dann machen wir weiter mit den Kandidaten, die halt eben auch den Verein verlassen dürfen nach dieser Saison in dieser Transferphase. Und wir fangen mal an mit ihm hier. Die Cenzu Grifo hat in der Winterpause schon seinen Wechsel gefordert. Deswegen steht er auch bereits schon auf der Transferliste seit der ganzen Rückrunde. Den haben wir versucht in der Rückrunde noch einzusetzen und mit einzubauen in diese Strategie, Taktik, wie auch immer. Dadurch, dass der Haberer weggefallen ist, aber so richtig überzeugt war er jetzt nicht. Und dadurch, dass er halt eben schon seinen Wechsel gefordert hat und ich denke auch seine Meinung nicht geändert hat, dann lassen wir ihn eben auch ziehen. Dann darf er halt eben auch gehen und mal gucken, wer er dann halt eben so für ihn bietet. Wobei da auch viele italienische Vereine dran waren in der Winterpause beziehungsweise sogar nach der Transferphase. Also ich denke, da würde schon niemand nach ihm greifen und ihn sich holen. Dann machen wir weiter mit Wu. Ja, mir ist klar, dass der S22 ist. Natürlich hat er auch irgendwo noch Entwicklungspotenzial, aber trotzdem bin ich der Meinung, er hat mich nicht überzeugt. Und deswegen werden wir da versuchen, ein bisschen umzubauen. Und ich denke auch, das ist für uns dann doch ein besseres Schritt, würde ich sagen. Und ich denke, wir werden uns von ihm verabschieden. Dann gehen wir mal rüber zur Personalie Matcher. Ich bin ehrlich, wenn ein Angebot reinkommen sollte, dann werden wir das auf jeden Fall verhandeln. Vor allem, wenn es dann auch ein Kandidat ist, der vor allem europäisch dabei ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel Hoffenheim wäre, rein theoretisch, die sind in der Europa League dabei. Deswegen, wenn die ein Angebot machen sollten, werden wir dann natürlich verhandeln. Ich denke, er will auch weg, weil er auf jeden Fall das Niveau hat, in der Europa League oder auch in der Champions League sich zu beweisen. Also da sehe ich ihn auf jeden Fall. Und warum sollte er dann bei Freiburg bleiben? Also wenn halt jemand anklopft und ihn haben möchte, dann bin ich gerne bereit, das auch zu verhandeln. Gleiches könnte man übrigens auch für Sebastian Vasiliales sagen. Also wenn da auch ein Angebot reinkommen sollte, wo man sagen könnte, es ist für ihn wichtig, da vielleicht hinzuwechseln, dann werden wir uns das natürlich auch anhören. Ansonsten würde ich jetzt noch ein paar Kandidaten auf die Leihliste packen. Unter anderem zum Beispiel eine Pascal Lüthi, einen Benjamin Hofstetter zum Beispiel auch, Henrik Schulte und eventuell auch einen Göker Asker. Das liegt einfach daran, dass ich mit Deisenberger auf jeden Fall plane. Der gefällt mir halt von den Werten halt einfach deutlich besser. Vor allem, weil er halt eben auch schnell ist. Er ist halbwegs beweglich. Also mit dem kann ich auf jeden Fall viel anfangen und ich denke, wir werden ihn auch auf jeden Fall in dieser Saison ein paar Mal sehen. Und dann sind wir auch schon mit dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Abschlussliste durch. Und dann mal abwarten, was passiert. Natürlich habe ich dann mal wieder was vergessen und zwar das Transferbudget zu zeigen. Wir haben 41,3 Millionen Euro zur Verfügung, was halt eine Menge ist. Dafür, dass wir in Anführungsstrichen halt eben nur in der Bundesliga 13 da geworden sind, aber halt eben in der Europa League ganz gut dabei gewesen sind, sag ich mal. Außerdem kommen noch da hinzu, dass wir halt eben einige Spieler verkauft haben. Unter anderem Schwolo für 20 Millionen, Koch für 20 Millionen. Also wir haben auf jeden Fall Geld genug und mal gucken, was wir damit anfangen werden. Vor allem wird ja wahrscheinlich auch noch der eine oder andere noch zusätzlich gehen. Also beispielsweise Grifo, der ist ja auch einiges wert. Und dann sind wir jetzt an den Punkt angekommen, wo wir eigentlich nur noch abwarten können und halt nach vorne simulieren können. Vor allem, wenn wir einen Tag nach vorne simulieren, kriegen wir dann erstmal die 2 Neuzingänge dazu mit Ortega und Demirovic. Und wir verabschieden uns von Heinz, Koch und Alex Schwolo. Und ansonsten werden wir halt eben ein bisschen scouten, so nebenbei. Und dann sind wir einen Tag weiter gesprungen. Demirovic ist da, Ortega ist da und halt die anderen drei Kandidaten sind halt eben weg. Also Schwolo, Heinz und Robin Koch haben jetzt den Verein verlassen endgültig, beziehungsweise offiziell. Und ja, dann geht es jetzt für uns weiter. Wie schon angekündigt, ich werde ein bisschen mehr auf Dysonberger setzen, weil der gefällt mir wirklich gut, auch wenn er jetzt hier nicht gerade glücklich ist. Aber ich finde es in der Wertheit eben gut und da können wir mit auf jeden Fall was anfangen. Und auf den freue ich mich wirklich. Und besser kann die Saison für uns auf jeden Fall als Trainer nicht anfangen. Denn wir kriegen direkt mal eine Nachricht vom Vorstand und zwar folgendes. Sehr geehrter Herr Rehretou, wir hatten uns die langfristige Erhöhung des Vereinswerts über zwei Saisons zum Ziel gesetzt. Der Blick auf die ersten Finanzberichte zeigt uns, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei der SC Freiburg Weiterentwicklung, nicht nur als Fußballverein, sondern auch als Unternehmen. Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand. Also das ist nochmal eine schöne Nachricht zu Beginn dieser Saison und tut uns als Kinder dann auch nochmal gut, weil wir in der letzten Saison dann am Ende auch zittern mussten um den Job. Aber wir haben es geschafft, auch wenn die Trainerbewertung nicht hochgegangen ist. Aber wir haben ja was Positives im Vorstand erzeugt. Immerhin. Wir nehmen dann auch die erste Trainingsanleit mit in dieser Saison und da verbessert sich direkt mal Simon Sohm, der ja praktisch jetzt so in die Fußstapfen von Robin Koch eintreten wird. Ist zumindest der Plan. Nebenbei habe ich dann jetzt auch Dysonberger im Training dabei. Und Demitschi fehlt hier, weil er halt eben mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und dann geht's los. Wir bekommen Angebote für drei Spieler. Einmal Silbert Hefti von West Ham United bekommt den Angebot 12,5 Millionen Euro. Bieten die. Dann haben wir den FC Nantes, der Interesse an Kevin Schlotterbeck hat und 7,4 Millionen Euro bietet. Und wir kriegen ein Leihangebot von Bristol City für Pascal Lüthi, was über ein Jahr gehen würde. Und wir fangen mit dem Leihangebot an, denn das werden wir sofort annehmen. Tendenziell würde ich Silbert Hefti ablehnen, weil er halt eben erst in der letzten Saison gekommen ist. Was aber halt kein Indiz ist oder so. Also das hat nichts auszusagen, will ich damit sagen. Vor allem, weil es halt auch noch unser Viertelfinal-Gegner aus der Europa League ist. Allerdings dürfte die in einem europäischen Wettbewerb nicht dabei sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dafür waren die in der Liga nicht so gut genug. Außer die haben natürlich irgendeinen Pokal gewonnen, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Aber schwierig. Natürlich hat die Premier League grundsätzlich mehr Geld. Ich meine, wenn man sich allein die Aufsteiger anguckt, die haben rein theoretisch mehr Geld als Gladbach beispielsweise. Einfach mal um einen großen Namen zu nennen. Aus der Bundesliga. Ich denke, das kann man so sagen, ja. Das ist schon eigentlich ganz heftig, wenn man sich das so anguckt. Passend zum Namen. Ja gut, aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt annehmen. Ich weiß nicht. Ich lasse das mal offen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch viel weiter gehen werden. Ehrlich gesagt. Also ich will jetzt nicht grundsätzlich sehr viel machen. Das wird erst in der nächsten Folge passieren so. Aber naja, mal gucken. Ich werde erst mal nichts machen. Und bei Schlotterbeck werde ich das Ganze ablehnen, weil den werden wir in dieser Saison auf jeden Fall brauchen. Ich möchte mal ganz kurz nochmal auf unser Transferbudget zurückkommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gerade passiert ist. Ich schätze mal, die Erhöhung hat es rausgerissen. Auch wenn mich das ein bisschen wundert. Aber wir haben auf einmal 71 Millionen Euro Transferbudget. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich habe zwar eine Vermutung. Aber holy, das ist viel Geld. Naja, da werde ich gleich nochmal kurz zurückkommen auf das Ganze. Wir werden jetzt erstmal noch den Transfer tätigen, den ich machen wollte. In Anführungsstrichen. Und danach werden wir dann eben mal ganz kurz noch ein paar Kollegen angucken. Also Stürmer beispielsweise. Da sehe ich noch Bedarf. Wie gesagt, Offensive war unser Problem in der letzten Saison. Und ich gehe davon aus, dass Matcher geht. Deswegen gucken wir uns da auf jeden Fall mal ein paar Kandidaten an. Da habe ich auch ein paar im Petto. Ansonsten bin ich erstmal so weit zufrieden sogar. Also und zwar handelt es sich bei dem Transfer, den ich vorhabe, um Sridzjan Kojul. Und das liegt einfach daran, dass ja eigentlich ziemlich positiv den übergestimmt war. Also zumindest was eine Laie angeht. Und rein theoretisch wäre ich auch komplett dabei gewesen. Allerdings, werden wir jetzt kurz sehen. Die haben kein Interesse. Was für mich praktisch nicht nachvollziehbar ist. Der Junge hat kein Spiel gemacht für die. Sitzt da hinter einem Paulinho. Einem Hult, der by the way auch da ist. Ich habe den glaube ich letztes Mal nicht erwähnt. Aber der ist halt auch da. Also der hat ein paar Kandidaten vor sich. Und spielt da eigentlich, ich sag mal, keine Rolle. Ist aber ein großes Talent. Aber verleihen wollen die den nicht. Finde ich sehr interessant. Und durch diese neue Situation, rein theoretisch. Also wir haben eine Menge Geld. Rein theoretisch könnte man locker die Summe stemmen. Ich lasse das jetzt mittlerweile auch mal offen. Weil ich werde jetzt garantiert nicht etwas tun, was ihr nicht unbedingt sehen wollt. Und zwar, dass ich ihn kaufen würde. Aber ich lasse diese Option mal natürlich offen. Wir haben eine Menge Geld. So ist es nicht. Und ich warte mal die Kommentare ab. Und dann gehen wir mal über ein paar Kandidaten, die ich interessant finde für den Schurm. Und zwar angefangen bei Igor Zlatanovic. Von Mallorca ist er. Serbe, 24 Jahre alt. Und was mir gefällt an ihm. Er ist antrittstark. Hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Ist auch ordentlich, was seine Stärke angeht. Könnte vielleicht einen Ticken beweglicher sein. Der Abschluss ist solide mit 77. Das gefällt mir. Und auch noch ein ordentlicher Elfmeterschützer so nebenbei. Ich finde ihn ehrlich gesagt nicht schlecht. Und man kann ihn natürlich auch noch auf Rechtsaußen einsetzen. Was auch noch eine Möglichkeit wäre. Und ich glaube Mallorca ist nicht mal mehr in der La Liga. Oder sehe ich das richtig? Glaube ich jedenfalls nicht. Ich glaube, die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, als ich die Ligen durchgegangen bin. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Kandidat. Wäre für ungefähr 10 bis 15 Millionen Euro zu haben. Also ich finde, der Junge ist eine Option. Wenn ihr mich fragt. Natürlich hatte ich ihn in der letzten Folge auch schon genannt. Beziehungsweise die Medien haben ihn genannt. Serik Teuschat wäre natürlich auch ein Kandidat. Spiel bei Schalke keine Rolle. Und ja, wäre halt eben auch günstig zu haben. Ist natürlich auch schnell. Auch ein bisschen beweglich. Hat auch gleich gute Stärkewerte. Dass das angeht. Der Abschluss ist okay. Trimling ist super. Aber ja, kann man natürlich auch mitnehmen für das Geld. Ich habe noch ein Jose Antonio Duro Perales angesprochen. Der wäre halt vom Prinzip her so ein ähnliches Phänomen, wie wir das auch mit Matcher gemacht haben. Der hat natürlich seine Stürmerkollegen da vor seiner Nase. Da brauche ich glaube ich auch nicht wirklich aufzählen, wer das ist. Weil die hatte ich schon mal aufgezählt. Ich meine, Diego Costa zum Beispiel spielt da. Ich glaube, Morata hat da auch gespielt. Müsste ich jetzt jedenfalls nachgucken. Aber er ist definitiv auch ein interessanter Kandidat. Ich glaube auch nicht, dass er da so oft gespielt hat. Ist auch schnell. Ist aber beweglicher. Hat eine ganz solide Ausdauer. Sein Abschluss ist halt nicht gut. Muss man einfach sagen. Da muss man arbeiten mit 63. Das geht auf jeden Fall besser. Sein Dribbling ist überragend. Wie gesagt, habe ich mal in der Hinterhand. Aber ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Trotzdem kann man ihn nennen. Dann nehme ich nochmal einen Dimitri Oberlin mit. Vom FC Basel. Ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich meine, Basel ist um die Ecke. Die Bundesliga ist sicherlich interessanter. Von der Liga her als die Schweizer Liga. Und das ist nicht böse gemeint. Natürlich würde er mit Basel halt in der Champions League spielen. Oder zumindest europäisch dabei sein. Sagen wir so. Aber trotzdem kann man ihn meiner Meinung nach nennen. Und so unrealistisch finde ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ist natürlich schnell. Ist natürlich beweglich. Das muss man auch sagen. Sein Abschluss ist okay. Hat ein gutes Dribbling. Eine ordentliche BIP-Kontrolle. Und wie gesagt. Ist natürlich auch ein Kandidat den man nennen kann. Ist auch relativ günstig zu haben. Natürlich wurde auch von den Medien aus Kutucu genannt. Auch er hat bei Schalke eigentlich keine Rolle gespielt. Zwei Spiele hat er gemacht. Wäre natürlich auch ziemlich starker Nachfolger. Wenn ein Matcher wirklich gehen sollte. Ist schnell. Beweglich. Hat einen guten Abschluss. Ein gutes Dribbling. Eine gute Schusskraft. Würde auf jeden Fall denke ich nicht verkehrt sein. Rein theoretisch. Dann nenne ich noch einen Luigi Grifo. Der ist von Udinese Culture. 20 Jahre alt. Mit einer 70. 1,80 groß. Linksfuß. Schnell beweglich. Die Ausdauer ist solide. Sein Abschluss ist ausbaufähig. Sag ich mal nett. Dribbling ist okay. Ballkontrolle ist okay. Schusskraft ist okay. Also wäre sicherlich ein gutes Talent. Was man für ungefähr 5 Millionen Euro bekommen könnte. Das waren jetzt mal an dieser Stelle so meine Kandidaten. Die ich so sehe. Natürlich habe ich es nicht versäubt auch noch eure Vorschläge mit reinzunehmen. Wie zum Beispiel in Issa Abbas. Donnarumma wurde genannt. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher ob man den sich wirklich holen sollte. Poyanpalle wurde ja von euch auch noch genannt. Ist ungefähr so zumindest das was wir so im Sturm als Kandidaten hätten. Finde ich. Und dann würde ich an dieser Stelle behaupten. Wir sind auch schon wieder gegen Ende dieser Folge. Das waren so die Stürmerkandidaten die ich im Sinn hatte. Und wenn wir oft in einer Position Angebote für beispielsweise Vasilialis bekommen sollten. Oder einen Adelgernfein oder sowas in diese Richtung. Dann wenn die auch im Endeffekt gehen sollten. Dann werde ich mich darum kümmern auf der Position dann auch einen Nachfolger zu suchen. Also wir haben ja die Liste da. Ich habe da auch einige Namen drauf. Natürlich auch eure. Die werden auch gescoutet. Also da sorge ich für. Und wenn da was passieren sollte. Dann reagieren wir erst drauf. Also nicht andersherum. Eigentlich wie schon gesagt. Die Folge die wir jetzt haben ist praktisch so der Einstieg. Die ist wahrscheinlich sehr informativ. Aber interessanter denke ich wird erst die Folge die wir dann beim nächsten Mal haben werden. Trikot Präsentation. Die ersten Transfers. Eure Meinung beispielsweise zur Kurschule. Sollen wir den kaufen. Leiden können wir ihn nicht. Eine Chance dass er spielt ist sehr gering bei Leverkusen denke ich. Wir haben genug Geld. Ich meine wir haben 71 Millionen Euro. Damit muss man mal auch irgendwann was anfangen. Und warum nicht jetzt in dieser letzten Saison nochmal. Aber halt auch nur in einem gewissen Rahmen. Ich werde jetzt kein Spiel erholen für 30 Millionen. Das könnt ihr euch abschminken. Sag ich mal. Nett gemeint. Aber wie gesagt es ist nicht böse gemeint oder so. Wir versuchen das schon irgendwo noch realistisch zu halten. So gut es geht. Aber wir kriegen halt einfach viel zu viel Geld. Mit dem wir halt gefühlt nichts anfangen können. Naja. Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen wirrwarr war. Von meiner Seite aus. Aber ich denke wir haben den Einstieg gemacht. In diese vierte und letzte Saison. Lasst natürlich eure Meinung noch zu den Kandidaten die ich genannt habe da. Und auch zur Kurschule. Und ja. Und dann würde ich sagen geht es die Tage weiter. Man hört sich. Wie gesagt ich hoffe euch hat diese Folge gefallen. Macht's gut. Haut rein und ciao.